So, herzlich willkommen zurück bei Rapsplay. Heute spielen wir Max Payne 3 weiter. Und zwar ist die Aufnahme des öfteren mal abgekackt, aber da kann ich nichts für. Ich hoffe, ich glaube, dass meine Aufnahme andauernd abgekackt ist, weil ich bei Logic so aufgenommen habe. Also quasi auf der Spur, wo die ganzen Effekte immer drauf sind. Ich bearbeite meine Stimme ja immer noch ein bisschen mit einem Kompressor, ein bisschen Equalizer und so. Alter. Und deswegen, wow, deswegen glaube ich, dass das so passiert ist. Wo sind die denn? Ding. Wer, wer, wer blowt dicks? Schön. Gut, Maximilian. Oh, da ist noch einer. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Er stickt sich. Er hat Angst. Oh, den haben wir getroffen. Und get to that. So, gehen wir weiter mal. Schauen mal, was für Börse Menschen hier sind. Und sie nehmen. Oh, das ist aber ein anderer und sie als sonst, oder? Scheißegal, heben wir mal auf. Doppel gemoppelt hält besser. So, Friends of Sun. Was? Let's toast his asshole? What the fuck? Was ist denn mit ihm los? Wow. Übelst geil nachgeladet. La, nach, nach. Wow. Ist verrückt. Verrückter Kerl, ey. Boah, ich hör doch da ein. Wo denn? Was, was ist? Oh. Alter, ich bin ja fast tot. Der hat mich übelst erwischt. Komm, ich geh links rum. Links rum. Er scheint mir sicherer zu sein. Bin wir hier ein? Ich sehe keinen. Oh, da kommt einer. I got your back. Shitbirds. Ich sehe keinen, ich sehe keinen, ich sehe keinen. Alter, das sind sie alle. Oh, oh, meine eine Waffe ist leer. Oh, lad doch nach, du. Oh, wo kommt der denn her? Oh, den Bunch kann ich abknallen. Wo sind wir da rechts? Alter, das ist hier heftig. So, den haben wir auch erwischt. Wer ist denn das? Oh, oh, ja. Der liegt ja schon passend auf dem Friedhof. Ja, let's move. Lauf, lauf, lauf. Jetzt sind wir... Come on. Hey, wake up. Let's go. Oh, yes. Hey, how you doing? What about the thing? Hundred thousand dollars. I'm not fucking around. I'm not either. You know what? I don't trust Joey. The troops had arrived. Either DeMarco had thrown an army at this job, or he'd put a high enough bounty on our heads to attract every contract-buying scumbag on the eastern seaboard. Yeah, yeah, but how are we gonna know who whacked them? Huh? I got hollow points. Look, we all got hollow points. Look, we'll split the bounty nice and evil. All right? All right, fair. That's all. I look like a fucking socialist. An eight worker? We'll work it out together. Okay? Look. Because I won't give you any hands. I won't give you any hands. Now, let's ask you for a hand out. We're out here working, man. Whatever, whatever, shut up. Whatever, whatever. Stop talking. There he is! Boom! Just look, just look. Just look. Erstmal schön einen abgeknallt. Halt, alle, in alle Köpfe rein. Uh! Ah, triff ihn doch. Und den doch. Nein, nein. Uh! Aua, der hat mich erwischt. Oh, der lebt noch. Oh, der. Alter. Oh, komm, da geht noch mal einer runter. Junge, Junge, Junge. Ihr shootet keinen hier. Bam. Schön. Hast du eine Pille nehmen? Ich weiß ja nicht. Ich hab die Pistole bei. Parrot ist nicht was. Wer ist denn das? Oh, der ist tot. Oh, oh. Alter, die Waffe hat keine Munition. Äh, wo ist denn die... Wo hab ich denn die Pumpe jetzt hingelegt? Da. Halt sich doch schon besser aus. Oh, ist der blöd? Jetzt nimmt er aber eine Pille. So. Weg nachladen. Schön. Alter, die ist geil, die Waffe. Jetzt hab ich jetzt einer. Können wir einfach mal reinjumpen. Alter. Wir haben was gegeben. Ach, Max. Sei nicht immer so negativ. Musik hier, ey. Hört ihr das? Muss man hier durch? Ich würd sagen, ja. Hehe. Hehehe. Confusing, huh? Hey, you make one more move and this guy, whoever the fuck he is, is gonna get fucking dead. Look, man. Give yourself up and the Marker might have a change of conscience, huh? Er ist ein bisschen nervös. Okay, I'll grant you my last reprievement. Ain't no reprievement. Gonna be found otherwise. I don't even know who he is. This guy's luck is running out! Chill the fuck out! Give me some color! Immer noch mal ein bisschen nachschichten. Ich kann sich ja auch. Und der kommt als Zombie wieder oder so. Thanks, man. I owe you. Alter, jetzt ist es hier aber Ballerei. Den haben wir schön erwischt. Boah. Boah, da ist noch einer. Boah, den haben wir auch erwischt. Alter, jetzt geht aber los. Boah. Boom. Come on. Warte nach. Warte noch irgendwas nach. Alter, du. Come on. Geh zurück. Warte doch, komm. Alter, Leute. Bist du bescheuert? Verrückt ja. Machen wir keine Angst hier. Boah, aus der Entfernung. Alter, ich bin fast tot. Mit was soll ich denn schießen? Ich hab 30 Schuss. Alter, hebt die Waffe wieder auf. Hier kann er mich nicht erwischen. Ob es hier irgendwo Pillen gibt? Komm hoch, wo auch immer du bist. Da ist er ja. Da wird der Punkt rot. Scheiße. Boah, schön. Ja, bitte. Aber gib mir mal Pillen oder sowas, Alter. Das wäre cooler, wenn die sowas... Uh, was denn hier? Das wäre cooler, wenn die sowas droppen würden. Also auch mal ab und zu mal ein paar Pillen, die man luten könnte oder so. Also sonst gibt es die immer nur in so blöden Arzneischränken. Alter. Oh, oh. Wo sitzt der denn? Oh, 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 oh. Ein Zombie hängt am Glockenseil. Äh, ja. Ja, ich lauf, ja, ich lauf, ja, ich lauf, ja. Ja. Zurück. Uuuuuh. Ich kann den nicht treffen von hier. Lad doch nach. Boah. Ja, ich bin okay. Ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Unter die Gürtellinie. Alter, der Scheiß-Sniper da. Ah, lad noch! Kann er mich treffen von da? Wir zucken da noch rum. Jetzt schieß ich den ab, damit ich laufen kann. Lauf da rein. Ich bin doch auf den... Ja, hä? Du musst mich verarschen. Wo sitzt der Kerl denn? Was für ein Grabstein denn, Alter? Hier durch? Ja, auch nicht. Hä? Was will denn der von mir? Oh, guck mal, wer der ist. Ein Schuss, ein Treffer. Der Boss, Killerflow, Pratergürtel. Deine Echse, meine Bett ist willenlos wie Armenviertel. Ich baller dir eine Faust in die Fresse rein. Es ist Straßenapotheker, Rauschgift, Verticker-Style. Das ist ein geiles Wort, wa? Der Felix. Was ist ein lustiger Witz? Oh, oh. Du bist da. Der Schein! Ich bin... Du bist da. Du bist da. Die Jokers! Geh! Wo sind wir? Hey! Du hast meinen Sohn. Du hast meinen Sohn. Mein Sohn! Mein Sohn! Entschuldigung, ich bin sorry. Fuck you! Sorry for your loss. But your son was killed in gun battle. A battle he started. Shut your fucking mouth! Shut up! Shut up! Shut up! Alter! Bitte Schaufel! You killed my son! You fucking Spick! Alter! Oh Gott! You killed my son! Dig! Now! Ah! 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 Hey! Ah! 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 So geht das. Ich wette, es kommt noch mehr. Wow, noch mehr. Oh, Alter. Ist der verrückt? Wo schießt denn der hin? Darüber. Kommt der her? Bop, 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 bop. Geht er hoch. So, hier müssen wir doch... Hallo. Nicht immer auf meine Mama, ja? Hätte ich gar nichts getan. Scheißegal, komm. Komm, die machen wir weg. Woher immer die sind, da ist einer drin. Den haben wir auch erwischt. Jetzt habe ich wieder keine Waffen mehr, ey. Komm, Pistole. Nehmen wir beide. Was ist das? Warum kann ich Ding nicht nehmen? Hier ist auf jeden Fall noch einer. But where he is? Ja, da auf jeden Fall nicht. Oh. Wenn das kein Schuss war, Leute. Komm, lass mich durch. Oh, wo muss ich denn jetzt schon wieder lang? Warte, da steht der Kerl ja. Okay, dann gehen wir da durch. Zieh runter. Was ist denn da? Die U-Bahn? Leichenschauhaus. Bestimmt sind die jetzt alle hier... Alle hier drin. Wo kommt der denn her? Alter. Oh, ich dachte, der wäre nackt. Oh, der ist tot. Nackt im Leichenschauhaus. Oh, nehmen wir mal die Bumpe mit. Geh mir die Bumpe. Ja. Schuss. So, was machen wir jetzt hier? Oh, hier gibt es bestimmt Pillen. Wird jetzt erstmal nach Pillen durchsucht. Swag. Go, go, go. Feier in the hole. Der sieht ganz anders aus, ohne die Mütze. Und wie viele Menschen, gibt es denn hier, die man töten kann, Alter? Hat er mich jetzt gesehen? So schön. Boah. Komm. Na. Die verwirren mich. Koreanische Verwirrungstaktik. Ist der tot? Alter. Komm, laden nach. Laden, 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 laden. Da oben. Was? Jetzt aber, komm. Nein. Bisschen zu langsam. Komm. Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Ich bin schneller als du. Ja. Ey, jetzt. Weißt du. Du, Blöder. Ja. Ey. Ich ziel, Sau. Truff ist mir egal. Komm hoch. Komm hoch. Junge. Junge. Komm da hoch. Ey. Jetzt komm da raus. Komm. Alter. Ey, das ist so ein blöder. Junge. Ey. Ey. Alter. Alter. Alter, die war V3. Lad doch nach. Nein. Ja, Mann. Ich hab doch auf den geschossen. Blöder Sack. Wie denn überhaupt? Yo. Hat der kein Handy, Alter? Wo sind denn die Handys hin? Da ist so ein Telefon. Der wird auch langsam alt, oder? The Pain. Der gute Maximilian. Ich glaube, ich werde gut sein. Ja, zumindest für ein bisschen. Ich kenne jemanden, um ein bisschen Hilfe zu bekommen und wir kommen hier raus. Hey, hey. Es ist mir. Wir müssen wirklich raus aus New Jersey. Ja, die Dinge sind heiß. Wir haben etwa halb der New Jersey Mom ab. Und ein Zement in Hoboken. Hoboken. Oh, Glatzenpennis. Hier bin ich wieder. Halbwegs nach dem Welt. Chapter 9. Und immer, nach der Böden von Frauen, die ich umgekehrt war, musste ich sich schützen. Die einzige Unterschiede ist, dass ich die Sprache nicht verstehe. Was ist das? 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 Frende. Ich spreche nicht deine fucking Sprache. Seu Griego. Seu Griego. Kalla boca, Seu Griego. Das stimmt. Ich bin vielleicht ein Moron. Aber hier ist das. Ich bin nicht so dumm, wie ich sehe. Truf. Weiter. Es war schon so gut. Ich bin jetzt da. Ich kam aus. Ich habe einiges gemacht. Ich habe geятet Roger. Ich habe geboten Fabian. Ich habe geboten. Und das alte Lightgebot. Der Stadion. Der Vox. Ich habe genug geboten, um zu bekommen. Und wieder schодно. Ich habe geboten. Und vielleicht das. Warte. Das war mein Sub in die Fates. Ich halte mich den gleichen Schlechzenz. Zur allオ Ernst. Geil Geil So, an dieser Stelle machen wir mal wieder Schluss Wir haben jetzt auch gut 20 Minuten Und die Aufnahme ist diesmal nicht abgekackt Ich glaube, ich habe das Problem gefixt Das freut uns natürlich alle, meine zahlreichen Zuschauer Wey Ja, auf jeden Fall spielen wir nächste Folge hier weiter Und bis zum nächsten Mal Ach ja, und fleißig das Akkubattle schauen immer noch, ja Also nicht vergessen Tschüss Anzug Bitte markiere meine Feinde Denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch Trete, schick den Kommentar Denn das heilt und es spart Leben Für mehr Energie, müsst ihr nur Daumen hoch Drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro...